meine sehr verehrten damen und herren herzlich willkommen zu diesem wunderbaren webinar ich begrüße sie ganz herzlich freue mich dass sie da sind dass sie hier zu diesem spannenden thema dazukommen ich bin christian wülfing ich bin urologe hier am krankenhaus altona und wir haben sehr viel mit dem thema prostatakrebs zu tun prostatakrebs ist ja der häufigste krebs beim mann und da tut sich eine ganze menge und wir haben das thema heute mal unter die subüberschrift gestellt die beste europä ist die die man nicht machen muss und ich hoffe ihnen heute zeigen zu können dass tatsächlich beim prostatakation muss ganz wichtig ist zu unterscheiden in welchem stadium über welches stadium reden wir eigentlich prostatakrebs ist nicht gleich prostatakrebs sondern wir haben ganz verschiedene unterschiedliche arten von prostatakrebs und das möchte ich ihnen gerne heute erzählen und tatsächlich möchte ich auch einen kleinen fokus natürlich legen auf die op aber immer mit der vorausgeschickten botschaft die beste op ist die die man nicht machen muss und dazu werde ich ihnen gerne auch ein bisschen was erklären und dann fangen wir jetzt mal an herzlich willkommen noch mal ich zeige ihnen meine präsentation hier ist noch mal das begrüßungsfoto sie sehen dass den titel den ich ihnen gerade genannt habe die beste op ist die man nicht machen muss aktuell zum prostatakrebs und für diejenigen die neu hier sind vielleicht noch ganz kurz zum ablauf ich werde ihnen jetzt im prinzip diesen online vortrag hier halten das wird ungefähr eine dreiviertel stunde dauern und sie haben die möglichkeit hier über unser system auch fragen einzugeben ich glaube das ist selbsterklärend ich werde versuchen ihre fragen zum teil schon mit in meinen vortrag einzubauen und sie dazu beantworten zum teil werde ich aber auch vielleicht das am ende beantworten wie ich denke wir werden am ende auch noch ein bisschen zeit haben über fragen zu diskutieren was habe ich mir vorgenommen sie sehen hier noch mal die den inhalt dieser präsentation die ich zusammen gestrickt habe und zwar denke ich ist es wichtig dass man vielleicht an dieser stelle weil man davon ausgehen muss dass nicht alle denselben wissen stand haben noch mal einen kleinen überblick zu geben mit dem titel was alles was ich wissen muss was ist eigentlich beim prostatakarzinom wichtig zu verstehen und tatsächlich möchte ich gerne heute mal die operation fokussieren sie werden schon gleich einen kleinen überblick bekommen was es für unterschiedliche methoden gibt beim prostatakarzinom aber tatsächlich fande ich es wichtig heute mal in dem kapitel hier die operation genau unter die lupe zu nehmen auch ein bisschen mal genauer zu erklären ihnen auch ein paar beispiele zu zeigen wie das ganze funktioniert und da wir jetzt eigentlich heute sogar fast auf den tag genau unser vierjähriges jubiläum haben mit unserer tollen da vinci technologie einer robotisch assistierten technologie die wirklich aus meiner sicht ganz bahnbrechende unterschiede nicht nur in der urologie gebracht hat sondern auch zukünftig in vielen chirurgischen disziplinen mit sich bringen wird denke ich ist das auch von interesse da mal ein bisschen genauer rein zu gucken ein bisschen intensiver was man vielleicht sonst nicht so hat also gewissermaßen ein blick auch hinter die kulissen und natürlich möchte ich ihnen einfach auch am ende mal zeigen wie wir unsere patienten also in altona behandeln was uns wichtig ist wofür wir stehen und vielleicht interessiert sich das auch starten wir direkt durch mit dem ersten kapitel prostatakarzinom allgemeines dazu was muss ich zum prostatakarzinom wissen da gibt es natürlich direkt schon mal los meine damen und herren mit der anatomie sie sehen hier auf dem bild ich habe so einen kleinen pointer dabei mal so von vorne eine männliche anatomie mit der harnblase mit der prostata darunter und letztendlich auch mit der harnröhre die letztendlich durch die durch die prostata durchzieht durch auch den beckenboden zieht und natürlich beim mann die harnröhre durch den penis verläuft und am ende die harnröhre hier vorne ihre öffnung hat und das ist eine wichtige ein wichtiger zusammenhang anatomisch und wenn man genauer hinschaut dann sehen sie das hier in der mitte auf dem bild dass wir die harnblase ja gewissermaßen als speicher organ haben mit diesen zwei kleinen löchlein die sie glaube ich hier im bild ganz gut sehen können wo die harnleiter den urin einleiten in die blase und sie können ebenfalls gut sehen dass die prostata sich wie so ein ja sich so um die harnröhre legt und ich zeige ihnen später noch mal auf einem bild da wird es ein bisschen deutlicher sie müssen sich vorstellen dass wir männer direkt unter der prostata hier den schließmuskel haben mit dem wir kneifen das ist bei frauen eigentlich nicht anders nur dass keine prostata da ist und das ist eine wichtige voraussetzung wenn man über prostata krebs und operationen spricht dass natürlich der operateur weiß wie die anatomie des menschen aussieht und zum glück bei allen unterschiedlichkeiten die wir so erleben mit haarfarbe und nasenlängen und solchen dingen innen drin sehen die meisten männer doch sehr sehr ähnlich aus und dass wir einen auch sehr standardisiertes vorgehen beim operieren anbieten können wenn sie sich das ganze von der seite anschauen hier im rechten bild da ist es so sehen sie noch mal so ein paar details da ist gewissermaßen die blase die ist hier in diesem fall ganz gut gefüllt sie sehen da drunter die prostata und sie sehen jetzt nicht so gut die harnröhre die zieht im prinzip hier zwischen der oder im penis durch und das worauf sie schauen sind die schwellkörper die schwellkörper sind insofern natürlich wichtig weil sie dem mann die erektile funktion ermöglichen und was sie hier auch schon ganz gut sehen können sind diese gelben roten und blauen kabel rot und blau sind im allgemeinen die blutgefäße die dort unten so sind und da sehen sie dass diese organe recht gut durchblutet sind da sprechen wir gleich noch mal drüber aber sie sehen auch die gelben kabel und die gelben kabel sind nichts anderes als die nerven und da können sie schon ganz gut sehen dass wir nerven haben so ist es im schema hier angedeutet die sowohl zum schließmuskel ziehen der schließmuskel ist wie gesagt unter der prostata direkt also dafür sorgen dass der man gut den urin abhalten kann den schließmuskel schließen kann und sie sehen aber auch dass auch manche nerven zum schwellkörper ziehen weil tatsächlich dort auch die erektions nerven laufen die letztendlich wichtig dafür sind dem schwellkörper der ein nichts anderes ist als ein blutschwamm das signal zu geben dass bei einer erektion blut einströmen muss und der grund warum ich das hier zeige an dieser stelle ist dass diese ganzen nerven und blutgefäße natürlich wie sie das schön sehen können unmittelbar an die prostata dran grenzen und wir werden gleich noch mal darüber sprechen was es eigentlich bedeutet wenn man einen prostatakrebs entfernt inwieweit die nerven die man ja braucht hier letztendlich mit leidenschaft gezogen werden können oder auch nicht stichwort nerverhaltende verfahren und darauf komme ich später noch vielleicht noch einmal zurück was ist eigentlich die prostata es gab mal eine umfrage sozusagen auf der straße eines fernsehsenders da hat man männern gefragt was ist eigentlich die prostata und meine herren meine damen wir müssen daran arbeiten dass wir männer uns ein bisschen besser auskennen in unserem körper denn vielen ist gar nicht so richtig klar wofür die prostata überhaupt gut ist und das habe ich ihnen hier unten aufgeschrieben sie sehen die prostata ist tatsächlich das männliche oder eins der männlichen geschlechtsorgane sieht aus das kann man nachvollziehen so wie eine kastanie die prostata kann wachsen im alter sie kann gutartig wachsen das ist tatsächlich sogar die häufigere variante sie kann sich aber auch bösartig verändern darüber sprechen wir heute über prostata krebs den häufigsten krebs bei männern und die funktion der prostata ist eigentlich ein bestimmtes sekret herzustellen dieses sekret wird in der prostata produziert und hat eine rolle oder spielt eine rolle für die fruchtbarkeit weil es im prinzip als sekret dem ejakular zugemischt wird und man kann sich das so vorstellen so lernt man das auch im studium dass das sekret der prostata letztendlich den samenzellen hilft beweglicher zu sein also so eine art turbo flüssigkeit für die samenzellen und hilft dem mann für die fruchtbarkeit was sie auch sehen im schema ist dass die prostata eine kapsel hat noch besser kann man das hier in der mitte sehen da sehen sie außen so eine zarte kapsel und gerade wenn es um tumorerkrankungen geht ganz egal bei welchem organ da ist es immer gut wenn ein organ eine kapsel hat weil das auch häufig verhindert dass tumorzellen zu leicht über die kapsel hinaus wachsen können aber sie werden eben heute auch vor dem hintergrund dass es eben unterschiedliche tumoren gibt werden sie sehen dass wir eben auch unterscheiden ob prostata krebs die kapsel verlassen hat oder auch nicht und damit gehe ich mal weiter ist es ganz wichtig jetzt zu verstehen worüber reden wir überhaupt wie häufig ist eigentlich diese erkrankung und sie sehen hier zahlen aus den usa hier werden von 180.000 fällen gesprochen sie sehen ganz klar beim mann ist die prostata krebs erkrankung top nummer eins in der häufigkeit der krebs erkrankung und sie sehen rechts habe ich eingeblendet die zahlen in deutschland da sind es 60.000 fälle im jahr das ist nicht wenig und es ist damit gleich auf mit den zahlen für brustkrebs bei der frau so jetzt muss man aber wissen und das zeigt das nächste dir dass wir natürlich unterscheiden müssen zwischen der frage wie häufig tritt eine krebs erkrankung auf und wie häufig führt sie zum tod und da muss man sagen ist postata zum glück jetzt nicht an stelle nummer eins aber es ist immer noch so dass in deutschland 12.000 männer pro jahr ungefähr sterben an der erkrankung und da sind wir schon mitten im thema meine damen und herren wenn wir über prostata krebs nachdenken und reden und auch mal so verfolgen wie dieses thema in den medien besprochen wird da hört man häufiger mal so sätze wie zum beispiel ganz oben viele männer sterben mit aber nicht an prostata krebs und das ist vollkommen richtig das stimmt weil ganz viele männer letztendlich eine krebs erkrankung im alter bekommen man könnte sogar sagen jedermann bekommt prostata krebs er muss nur alt genug werden aber es geht halt immer um die frage ist es ein krebs der gefährlich ist für den mann der dem mann ein problem macht und das hat natürlich damit zu tun wie alt ein patient ist und es hat damit zu tun wie also wie viel lebenserwartung man noch hat und wie viel zeit der krebs auch hat sich zu entwickeln aber es hat eben auch damit zu tun was für eine krebs art haben wir vorliegen und da gibt es sehr viel unterschiedliche ausprägungen die möchte ich ihnen im folgenden mal zeigen sie sehen hier zum beispiel jetzt mal ein schema das finde ich eigentlich ganz einleuchtend wenn sie hier oben im bild schauen können sie ganz gut sehen wie im linken teil so ein also die prostata unter der blase das haben wir ja ebenso im querschnitt auch gesehen und wie ein krebs vielleicht auch hier im absoluten anfangsstadium ist und sie sehen nach rechts rüber rückend wie krebsarten auch immer größer sein können und manchmal eben auch wie im ganz rechten bild die prostata kapsel verlassen und wenn sie sich jetzt die grafiken unten mal anschauen dann sehen sie dass wir bei diagnose stellung also wenn der patient zum allerersten mal seine diagnose bekommt leider haben wir prostata krebs festgestellt dann sehen sie im linken bild dass wir in ungefähr 80 prozent der fälle die hier glücklicherweise patienten entdecken in einem organ begrenzten stadium und nur zehn prozent und fünf prozent sind in einem stadium wo es schon über die prostata hinaus gewachsen ist also über die kapsel hinaus oder sogar und das sind eben die fünf prozent in andere organe metastasen absiedlung so jeder von uns weiß dass es immer besser ist wenn ein krebs auf das organ begrenzt ist und es ist schon der erste hinweis darauf auf was ich gleich noch komme wie wichtig die früherkennung für diese erkrankung ist dass man möglichst eine krebserkrankung prostata krebs erkrankung früh erkennt bevor ein krebs aus der kapsel hinaus wächst und im schlimmsten fall in andere organe hineinwächst die andere geschichte sehen sie in der in der grafik rechts daneben und da wird auch häufig so gesagt ja krebs prostata krebs ist vielleicht ja gar nicht so schlimm einige von ihnen mögen vielleicht noch den berühmten haben hacketal erinnern der immer gesagt hat auch prostata krebs ist haustier krebs und da will ich ihnen zeigen dass das nicht immer stimmt wir haben die glückliche und positive nachricht dass das lokalisierte krankheits stadium hier sehen sie das in dem linken und selbst wenn auch schon der prostata krebs etwas weiter hinaus ist über die prostata dass wir in fast 100 prozent bei den männern die davon betroffen sind eine fünf jahres überlebensrate schon mal sehen das heißt das ist jetzt keine krebs erkrankung die männer in wenigen monaten oder jahren umbringt allerdings sehen sie auch dass das fünf jahres überleben bei patienten die metastasen haben schon auf ungefähr 25 bis 30 prozent runter geht also auch das an dieser stelle schon ein ganz wichtiger hinweis dafür dass es besser ist prostata krebs früh zu erkennen denn noch mal hier steht es auch rechts im bild noch mal ist sterben 12.000 im jahr und es sind definitiv zu viele und es wäre natürlich schön wenn man diese fälle vermindern könnte oder sogar auch komplett verhindern könnte indem man zu geeigneten früherkennungsmaßnahmen geht und in fällen wo man was gefunden hat dann auch behandelt und wie das geht das erzähle ich ihnen gleich ich schaue hier gleich einmal zwischendurch schaue ich mal hier schon mal auf die fragen da geht ein bisschen was ein und das bringe ich gleich auf jeden fall mal unter wenn es um die therapien geht aber das kommt dann gleich so wir fahren fort meine damen und herren wir sind nämlich jetzt schon mittendrin man könnte jetzt die frage stellen schön was wie geht das denn prostata krebs entdecken was muss ich wissen was gibt es für diagnostik und da möchte ich ihnen gerne hier eine übersicht zeigen und möchte dann auf zwei drei spezielle dinge zu sprechen kommen so das ganz sozusagen old school verfahren was viele von ihnen kennen und was auch immer noch seine gültigkeit hat darauf komme ich gleich auch noch genauer ist die tastuntersuchung der prostata direktal untersuchung die hafen rundfahrt es gibt ganz viele tolle bezeichnungen dafür auch tolle viele männerwitze über das was an sich eigentlich eine richtig ernstzunehmende untersuchung ist denn die abtastuntersuchung der prostata die über wie sie es hier im oberen bild sehen über den enddarm gemacht wird die ist extrem wichtig und zwar ist sie deswegen wichtig weil sie die prostata abtasten und damit fühlen ob sie verhärtet ist und wenn sie selber mal auf ihren daumenballen hier drauf drücken dann merken sie würden sie hier vielleicht eine man nennt das vielleicht eine prallelastische konsistenz spüren während wenn sie auf den daumenknochen hier drücken ist es hart und das ist eine wichtige information eine prostata ist normalerweise eben weich oder so prallelastisch wie man sagt und eben nicht verhärtet so und die tastuntersuchung hat nur leider den nachteil dass man in einigen fällen prostata krebse gar nicht tasten kann also nicht alle prostata krebse sind tastbar weswegen ich an dieser stelle auch schon mal sage es eine wichtige untersuchung aber alleine ist sie nicht gut genug wenn man jetzt den zweiten punkt sind ultraschall untersuchen der prostata sind wir schon ein bisschen besser wobei eben leider auch es nicht so ist dass man im ultraschall prostata krebs immer sehen kann sie sehen also wenn es darum geht wie finde ich den prostata krebs dann muss man sich mehr einfallen lassen man reicht eine einzelne maßnahme nicht und hier kommt der psa wert ins spiel über den haben wir auch an dieser stelle schon viel gesprochen der psa wert ist viel in den medien ich würde gleich gerne ein kleines eigenes kapitel schnell dazu machen aber diejenigen von ihnen die psa noch nie gehört haben denen sei gesagt der psa wert ist einer der besten tumor marker die es gibt und da das psa in der prostata produziert wird kann man es eben auch messen im blut und das erklärt auch warum frauen zum beispiel kein psa haben weil sie auch keine prostata haben so und der vierte punkt der steht hier noch in klammern das ist das mrt der prostata darauf will ich gleich mal spezielle eingehen das ist eine entwicklung die sehr ernst zu nehmen ist die sehr sehr vielversprechend auch ist erfolgsversprechend und die sicherlich in den nächsten jahren in die standard diagnostik einziehen wird ich habe es in klammern geschrieben weil das werde ich ihn gleich noch erläutern eben die mrt untersuchung noch nicht wirklich durchgängig empfohlen werden von den leitlinien aber ist es glaube ich kurz davor der letzte punkt die gewebeprobe die biopsie ist auch wichtig auch dazu gleich noch ein bisschen mehr weil wir natürlich irgendwie auch unseren verdacht wenn wir einen verdacht haben über abtast psa mrt müssen wir den verdacht erhärten und müssen eine biopsie nehmen und ich zeige ihnen gleich wie man in der heutigen zeit durch die kombination dieser untersuchungsmethoden in einigen fällen die biopsien vermeiden kann und in anderen fällen aber die biopsie sehr stark verbessern kann indem man einfach gezielter durch die kombination mit bildgebenden verfahren hier unterwegs ist und damit die die diagnostik und die die detektionsrate wie man so schön sagt auch erhöht die ganz entscheidende frage die ich ihnen hier zeigen möchte die uns eigentlich tagtäglich beschäftigt und auf die man wirklich noch mal abheben muss und die man fokussieren muss weil das ist für sie als patient das allerwichtigste nämlich wenn es darum geht dass ein verdacht im raum steht dann geht es natürlich logischerweise immer um die frage nummer eins ist da ein krebs drin ja oder nein so wenn da nein rauskommt wunderbar freuen sich alle aber wenn da ja rauskommt dann ist es tatsächlich so und das ist aus meiner sicht ein ganz entscheidender fortschritt der letzten jahre weil wir dieses was hier steht kätzchen krebs oder tiger krebs das ist jetzt vielleicht ein bisschen banal umschrieben aber tatsächlich benutze ich das auch bei patientengesprächen sehr häufig weil ich finde dass es den unterschied auch hier bildlich sehr gut klar macht denn in der tat haben wir kätzchen krebse krebs das haben sie eben gesehen die patienten niemals ein problem machen werden und das sind natürlich patienten die wir auch gar nicht behandeln müssen möchten sondern nur beobachten möchten damit nicht ein kett ein tiger krebs in der folge entsteht wohingegen patienten die wirklich einen aggressiven krebs haben von anfang an auch unbedingt behandelt werden müssen damit eben dieser tiger im schach gehalten wird und nicht eben ausbrechen kann und das möchte ich ihnen weiteren zeigen was wir tun um dieser sache und dieser wichtigen frage nämlich geht es um einen um einen aggressiven krebs oder geht es vielleicht um einen etwas harmloseren krebs dazu müssen wir oder unter dieser frage hauptfrage müssen wir alle unsere verfahren letztendlich beleuchten damit sind wir tatsächlich jetzt mal bei dem kapitel psa wert wenn sie erlauben will ich da ein bisschen zu ausholen das ist nicht ganz unwichtig an dieser stelle der psa wert ist sehr umstritten in den medien diejenigen die sich auskennen wissen dass alle paar monate oder jahre wieder in den medien eine welle kommt wo gesagt wird wie schlecht der psa wert ist und ich möchte ihnen das einmal aufklären was was eigentlich los ist was ist hier mit dem psa was ist nun richtig und wichtig und was muss ich hier wissen zunächst mal kann man sagen psa das hatte ich eben schon erklärt wird in der prostata produziert das ist ein ein bestimmtes eiweißstoff ein eiweißstoff den den wir brauchen um diese drüsenflüssigkeit zu produzieren und es werden immer kleine mengen ins blut abgegeben und so kann man das messen also eine blutentnahme kann psa messen und ich hatte ihnen gesagt dass frauen auch deswegen kein psa wert haben und auch die die keine prostata mehr haben haben eigentlich in der regel auch kein psa wert insofern sehen sie schon es geht auch darum zu gucken und und letztendlich das psa zu benutzen als tumormarker und ich habe hier schon vorweg genommen es ist einer der besten tumormarker und ich habe ihn in klammern noch mal dahinter geschrieben wirklich auch wenn in den medien das häufig anders dargestellt wird es ist tatsächlich so dass wenn männer zur früherkennungs untersuchung kommen dann ist der psa wert ein sehr guter wert und ich erkläre ihnen gleich wo das missverständnis liegt und zwar wenn sie sich die nächsten punkt angucken wird nämlich die bedeutung des psa wert ist erst dann besonders gut wenn man dieses psa zusammen mit anderen faktoren in einen topf wirft und eine interpretation vornimmt denn das hatte ich ihnen schon gesagt genauso wenig wie eine abtastuntersuchung alleine gut ist oder ausreichend ist ist auch ein psa wert alleine nicht ausreichend das hat viele gründe das kann zum beispiel sein dass der patient eine vergrößerte prostata hat dass der patient eine entzündung hat in der prostata oder vor ein paar tagen noch eine operation und man hat ihm einen katheter gelegt zum beispiel also viele faktoren können den psa wert erhöhen aber prostata krebs eben auch und deswegen ist es auch so wichtig dass man die gesamte geschichte sich anhört und auch abfragt und den patienten eben auch untersucht mit ultraschall mit abtastuntersuchung und wenn mir ein patient sagt er war noch nie krank die prostata war immer in ordnung und dies auch nicht vergrößert dann ist natürlich auch für mich ein leicht erhöhter psa wert in diesem zusammenhang eine ganz andere geschichte als wenn jemand seit jahren eine vergrößerung hat immer entzündung hat vielleicht auch noch viel fahrrad fährt wobei das mit dem fahrradfahren auch ein bisschen eine eine mehr ist das fahrradfahren immer gleich zu erhöhten werten führt das ist nämlich nicht immer so zumindest sollten die fahrradfahrer sich nicht darauf ausruhen dass ihr prostata psa wert erhöht ist also kurzum es geht um die gesamte geschichte und da hat natürlich dann als nächstes auch die frage eine rolle zu spielen was ist das für ein patient wie alt ist der wie krank ist er was macht das herz was macht die lunge was gibt es für nebenerkrankungen wie ist die lebenserwartung und hier ist es schon so dass man auch sagen kann man kann davon ausgehen dass im hohen alter prostata krebs sehr langsam wachsen und eben in diesem alter jetzt man vielleicht auch nicht gar nicht mehr untersuchen sollte aber mit natürlich einem anderen mit einer anderen aufmerksamkeit als bei einem jungen mann der vielleicht ende 40 anfang 50 ist und insofern ist es wichtig die gesamte geschichte zu sehen und deswegen ist auch der vierte punkt so wichtig weil diejenigen von ihnen die zum beispiel das mammographie screening von ihren frauen kennen sie wissen dass in deutschland jede frau in einem bestimmten alter eine mammographie nicht nur empfohlen bekommt sondern die in anspruch nehmen kann im rahmen auch der gesetzlichen krankenversicherung und dort wird von einem mammographie screening gesprochen man möchte brustkrebsfälle durch durch diese radiologische untersuchung die das ist früh erkennen um die betroffenen frauen früh zu erkennen und sich früh zu behandeln um sie vor dem tod durch brustkrebs zu bewahren und hierbei bei der prostata thematik geht es gar nicht um ein massenscreening weil es anders als bei brustkrebs wahrscheinlich gar nicht sinnvoll wäre jedem mann ungefragt gleichen psa wert zu machen sondern es geht darum die richtigen rauszufinden und die falschen am besten gleich wegzulassen mit anderen worten es gibt männer die kommen zu mir in die sprechstunde und den sagt man sie brauchen gar keinen psa wert aus verschiedenen gründen und das wollte ich an dieser stelle noch mal klar machen und deswegen ist auch der letzte punkt an dieser stelle so wichtig wir urologen wir freuen uns immer wenn wir zur beantwortung der wichtigen frage habe ich post krebs herr krebs herr doktor also sprich wenn wir den patienten untersuchen und eine früherkennung machen dann ist es ganz wichtig und sehr hilfreich für uns wenn wir mehrere psa werte vorliegen haben damit man eben über die zeit sehen kann guck mal das ist stabil oder das steigt aber da war ja auch eine operation oder eine entzündung und so versuchen wir das in zusammenhang zu setzen um eine zusammenfassung zu diesem thema ist der doll oder der mann der sich mit einem gesunden gesundheitsbewusstsein zum urologen begibt und wissen möchte oder sich einer früherkennungsmaßnahme unterziehen möchte wir können das nur unterstützen tun sie das denn es ist gut sie werden gleich noch sehen dass wir eben in der lage sind die post auf abt planted kriebs herr krebs herr krebs heute ganz gut einzuteilen und deswegen meine ich ist die individome Tod versihte freier erkennungs untersuchung beim urologen der eine andere methoden einzel premicht auch hinzumischt und nicht nur auf den ps3-gucken ist der weg den wir ihnen nicht nun deutschland sondern für männer gehen müssen weil dann sind wir in der lage die 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 gefährlichenouverture krebretage herauszufischen und diese auch zu behandeln Meine Damen und Herren, wenn es weitergeht mit dem Thema, hatte ich Ihnen eben schon angedeutet, wir haben eine Zeit lang, vor 20 Jahren noch, haben wir fast nur die Abtastuntersuchung gehabt. Ultraschallgeräte waren noch nicht so gut. Jetzt reden wir ganz viel über MRT. Und ich will Sie nicht verwirren mit diesem Bild, aber wenn Sie schauen, auf der rechten Seite sind mal so Beispielbilder angezeigt. Das sind MRTs von der Prostata. Und was Sie vielleicht erkennen können, es sind natürlich so ein paar Pfeile da dran. Da sieht man schon, dass so bestimmte Herde in der Prostata aufleuchten können. Und man spricht von dem sogenannten multiparametrischen MRT. Das heißt, dass das MRT in verschiedenen Arten durchgeführt wird. Multiparametrisch mit Kontrastmittel und mit bestimmten Filtern arbeitet man da. Und das ist auch der Grund, warum manchmal so Knubbel dunkel aussehen und manchmal hell. Und die Radiologen, die sich damit beschäftigen, wie zum Beispiel hier in Altona, unser geschätzter Kollege Professor Fischbach, der hier als Chefarzt das verantwortet und wunderbare Bilder auch von der Prostata macht, die haben einen tollen Score entwickelt. Und das erinnert so ein bisschen an die Piraten-Pirates-Klassifikation. Und die versucht, Sie sehen das im Detail hier unten, diese Herde, die man sehen kann, besser zu charakterisieren. Und das ist eine Entwicklung wirklich der letzten fünf bis zehn Jahre, wo man sagen kann, die Erkenntnisse aus so einem multiparametrischen MRT, die sind inzwischen so gut geworden, dass man diese Klassifikation anwenden kann. Und sollten, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, ist sehr klein, aber letztendlich sollten Pirates-Herde Nummer drei, vier oder fünf beschrieben sein, dann wird es verdächtig, dann muss man vielleicht auch eher mal was unternehmen hinsichtlich einer Detektion, also einer weiteren Diagnostik. Während wenn Pirates-1 oder 2-Scores entdeckt würden, dann kann man den Patienten wahrscheinlich beruhigen und sagen, es ist wahrscheinlich nur eine gutartige Vergrößerung oder eine Entzündung und da muss man nicht weiter was machen. Kurzum, und das sehen Sie hier in den beiden Punkten im dritten und vierten Zeile, wir haben durch das MRT erreichen können und ich darf nochmal wiederholen, das ist noch nicht ganz spruchreif, weil tatsächlich auch es noch ein Problem ist, in der gesamten Breite der Bevölkerung diese MRTs zu bekommen, weil es von den Krankenkassen auch zum Teil noch nicht übernommen wird. Aber was man sagen kann, in den Leitlinien kommt immer mehr die Erkenntnis, dass zum einen ein MRT in einigen Fällen eine Biopsie schon ersparen kann, weil man sieht, da sind keine auffälligen Herde. Es ist nicht 100 Prozent, man hat immer auch ein Restrisiko von 10, 20 Prozent, dass ein Tumor nicht sichtbar gemacht werden kann und für diejenigen, die auffällige Werte haben oder auffällige Herde haben, ist es möglich, eine gezieltere Biopsie als sonst zu machen. Und das zeige ich Ihnen im nächsten Bild. Die Biopsie, die im Übrigen von vielen auch so gefürchtet wird, das sei so schlimm. Ich darf Ihnen sagen, wir haben hier in Altona und an vielen anderen Stellen, in Hamburg und in Deutschland ist das auch der Fall, inzwischen eine Technik etabliert. Da dauert eine Biopsie fünf bis zehn Minuten. Sie wird in einer lokalen Betäubung gemacht, sodass die Männer tatsächlich durch die Bank hinterher ganz überrascht sind, warum das oder wie gut und harmlos das ging. Sie können erkennen im Bild hier oben links, dass man das transrektal gesteuert macht. Das heißt, man nimmt wirklich eine Ultraschallsonde und das haben Sie verstanden, nicht nur beim Abtastfinger, sondern auch beim Ultraschall sind wir sehr nah dran an der Prostata. Deswegen können wir auch dann sehr gute Bilder machen und können eben auch dieses Organ gut sehen und können mit einer Vorrichtung so kleine Biopsienadeln, die sehen Sie hier unten in der Mitte nochmal, können wir tatsächlich in die Prostata reinpiksen und so Gewebestanzen da rausholen. Sie sehen hier unten links nochmal im Bild, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, dass Prostatakrebs tatsächlich in der Außenschicht der Prostata wächst, während die gutartige Vergrößerung, das ist hier so gelb angemalt, in der Mitte, in der sogenannten Transitional, in der Übergangszone der Prostata wächst. Insofern ist es auch besonders wichtig, dass man diese Biopsien, wenn man nach Prostatakrebs sucht, auch außen in die Prostata schießt gewissermaßen, um dann hier diese kleinen Standzylinder da rauszubekommen und der Pathologe sieht dann unter seinem Mikroskop hier rechts, ob das gutartiges oder bösartiges Prostatagewebe war. Sie sehen auch an dieser Stelle nochmal ganz spannend hier oben in der Mitte, da habe ich Ihnen auch drüber geschrieben, MRT-Fusionsbiopsie. Was ist das eigentlich? Sie hören es schon. Das Wort bezeichnet im Prinzip eine Technik, die auch immer mehr Einzug erhält, dass man das MRT-Bild, was man gemacht hat, bei der Ultraschallbiopsie einfach fusioniert und zusammenlegt. Also man nimmt nicht nur das Ultraschallbild, sondern das MRT-Bild und bringt diese Bilder übereinander, um dann viel gezielter in die im MRT ja sichtbar gemachten Herde reinzupieken. Und damit kann man eben die Treffsicherheit für die Patienten durch so eine Technik bei der Biopsie auch deutlich erhöhen. So und letzter Punkt zu diesem, auch zu dieser Propädeutik über Prostatakrebs. Da sehen Sie noch einmal unten rechts den sogenannten Gleason-Score. Und der Gleason-Score ist im Prinzip, wenn Sie mal das obere und das untere Bild vergleichen, ist das, was der Pathologe anwendet, wenn er so etwas hier unter dem Mikroskop sieht. Er schaut sich nämlich die unterschiedlichen Stellen in der Prostata sehr genau an und versucht diese kleinen runden Kreise, die man dort sieht, so sieht eine Prostata eben aus, Wer versucht das in ein Muster zu packen und man nennt das Gleason-Score und dort gibt es verschiedene Ziffern. Und mit diesem Score kann man heutzutage eben sehr genau schon sagen, ist das eher ein harmloser Krebs, so wie hier oben, oder ist es schon ein aggressiver Krebs? Und man sieht es gewissermaßen an der Form dieser Zellen und der Pathologe ist in der Lage, uns diese Informationen zu geben. Und das ist extrem wichtig, weil wir hieran schon unterscheiden können, ob es sich eher um einen Kätzchenkrebs oder einen Tigerkrebs handelt. So, und jetzt kommen wir langsam zu dem Kapitel Operation. Ich habe hier aber, bevor ich dazu komme, nochmal Allgemeines mitgebracht. Was muss ich wissen, was gibt es überhaupt für Therapien? Und da kommen einige Fragen auch hinein, jetzt von Ihnen zu auch zum Teil sehr experimentellen Therapien. Ich komme da später nochmal drauf, das verspreche ich Ihnen. Ich will einmal bei meinem roten Faden bleiben und Ihnen hier nochmal sagen, was so die gängigen Therapien im Jahre 2021 sind. Und da ist nicht umsonst an der ersten Stelle etwas genannt, was es vor 10, 20 Jahren fast nicht gegeben hat. Und das ist die sogenannte Active Surveillance, die aktive Überwachung. Und ich hatte Ihnen eben gesagt, wenn also ein Mann tatsächlich einen Kätzchenkrebs hat, das heißt, er hat vielleicht einen sehr niedrigen PSA-Wert, er hat diesen Gleason-Score im Gewebe nicht besonders aggressiv, er hat vielleicht auch nur zwei Stellen oder eine in der Prostata betroffen und nicht alle, dann reden wir davon, dass wir ein Low-Risk-Karzinom haben, also einen Prostata-Krebs, der eher in die Gruppe Kätzchenkrebs gehört. Und da kann man heutzutage tatsächlich eine Überwachung anbieten. Das heißt, der Patient wird überhaupt nicht behandelt. Und das meinte ich so ein bisschen eben auch für Patienten, die beste OP ist, die man gar nicht machen muss. Es gibt tatsächlich viele Patienten, die auch zu mir, zu einer Beratung kommen und denen man sagt, man muss gar nicht operieren oder behandeln. Wichtig ist nur, dass man ihren Prostata-Krebs im Auge behält und in einem bestimmten Muster auch nachguckt, im halben Jahr zum Beispiel auch so eine Biopsie nochmal wiederholt, um zu gucken, auch vielleicht eine MRT nochmal wiederholt, um zu gucken, ob sich dieser Tumor verändert und vielleicht aggressiver wird, um dann später eine Behandlung zu machen. Aber wie gesagt, wir wissen, dass viele Patienten, die in diesem Niedrigrisikobereich betroffen sind, über viele, viele Jahre häufig ganz stabil bleiben und sich diese Krebs auch gar nicht groß bewegen. Und diejenigen, und da sind wir wieder bei der schlechten Nachricht mit 12.000 Todesfällen pro Jahr, die so ein aggressives Karzinom haben, die gehören auch behandelt. Und da hatte ich Ihnen erzählt, haben wir neben der Operation, das haben wir in anderen Vorträgen hier auch schon thematisiert, die Bestrahlung. Und hier kommen zum Beispiel auch so Fragen zu Arten, zu verschiedenen Arten von Bestrahlung. Ich will das nur ganz kurz mit streifen. Sie sehen hier im Bild zum Beispiel diese kleinen weißen Pünktchen. Das sind die sogenannten SEEDs, eine Brachytherapie, Low-Dose-Bachytherapie. Es gibt aber auch Hochdosisbestrahlung. Es gibt Protonenbestrahlung. Und da sind der Fantasie und auch den verschiedenen Methoden kaum Grenzen gesetzt. Wichtig ist immer, dass bei der Auswahl des Verfahrens Sie sich an Profis wenden, die möglichst auch etablierte Verfahren anwenden. Ich habe in Ihrer Frage hier auch von experimentellen Ansätzen jetzt hier schon gehört, das können Sie nachlesen, dass nämlich bestimmte Kügelchen in die Prostata gegeben. Da ist viel los. Aber man kann eben noch nicht wirklich abschließend beurteilen, ob das für die Patienten gut ist. Besonders gute Ergebnisse und auch Langzeitergebnisse haben wir für die Operation. Und ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir an dieser Stelle jetzt mal in das Kapitel 2 geben. und diese Operationstechnik noch mal ein bisschen beleuchten. Und zwar ist es so, man kann immer die Frage stellen, wer braucht eigentlich die Operation und wie funktioniert diese Operation? Ich habe Ihnen hier mal ein schönes altes Bild mitgebracht. Das benutze ich sehr gerne. Das ist, wie gesagt, aus dem Jahre 1922. Also mittlerweile jetzt auch bald 100 Jahre her. Denn so lange gibt es die Prostatakrebsoperationen schon. Also Sie sehen aber, dass das hier auch unter völlig anderen Bedingungen gemacht wurde. Die Narkose, die gab es noch nicht sehr lange. Antibiotika gab es auch noch nicht sehr lange. Und Sie sehen, so mit Sterilität und diesen Dingen war das eine ganz andere Situation. Diese erste OP, die wurde in einem Hörsaal gemacht, wie das damals so gängig war. Da kann ich Sie beruhigen. Das machen wir hier nicht. Wir können Sie auch auf unserer Homepage sehen. Tolle Operationssäle, die natürlich State of the Art sind, wie man so schön sagt. Und wo alles nach Standard 2021 läuft. Wenn man sich die Frage stellt, wer kommt eigentlich in Frage für so eine Prostatakrebsoperation? Da ist immer ganz wichtig, und das ergibt sich aus dem, was wir besprochen haben, nochmal zu gucken, es sollten natürlich möglichst Patienten sein, die einen Prostatakrebs haben, der auf die Prostata begrenzt ist, der möglichst nicht über die Prostata hinausgewachsen ist und metastasiert ist. Weil dann würde ja die Prostataentfernung auch keinen großen Unterschied mehr machen. Insofern ist es auch verständlich, dass man bei dem langsamen Wachstum dieser Krebse auch sagt, möglich sollte der Patient eine Lebenserwartung von zehn Jahren haben. Und man muss natürlich gucken, dass die Nebenerkrankungen, die sind hier nochmal gemeint mit Komorbidität, jetzt nicht verhindern, dass der Patient eine Narkose zum Beispiel bekommen kann. Das sind die Grundsätze. Die wichtige Frage dann ist, was sind eigentlich die Ziele für so eine Operation? Und da ist natürlich das erste Ziel ganz klar, der Krebs muss raus. Ganz wichtig, der Krebs muss raus und zwar sicher, das muss das erste Ziel sein. Und wenn man weiß, dass man das nicht schafft, dann ist auch eine Operation häufig gar nicht unbedingt zumindest oder zumindest alleine, eine alleinige Operation nicht die Wahl. Da muss vielleicht eine zusätzliche Bestrahlung oder Hormontherapie gemacht werden. Aber das ist das ist das wichtige Ziel. Nun ist es aber bei der Prostata ja das Besondere, dass sie von ihrer Organlage her, das haben sie am Anfang gesehen, sie hat eine unmittelbare Bedeutung auch für die Kontinenz, also für das Urinhalten, weil der Schließmuskel so nah dran ist. Und dadurch, dass die Nervenstrukturen so nah dran sind, ist auch die Potenz hiervon abhängig. Nicht von der Prostata selbst, aber von den Nerven, die da so nah bei entlang ziehen. Das hatte ich Ihnen im ersten Diabett gezeigt. Und wenn man sich mal anschaut, wie geht eigentlich so eine OP? Dann ist das Prinzip eigentlich recht einfach. Sie sehen hier, wie ich finde, zwei ganz anschauliche Bilder, nämlich hier nochmal unser Bild vom Anfang. Und es ist wirklich die Aufgabe des Chirurgen mit der Methode, die er anwendet, mit der Operation in dem Fall die Prostata zwischen Harnblase und Schließmuskel, den Sie hier eigentlich sehr schön sehen können. Der ist jetzt quer angeschnitten, aber eigentlich ist das so wie so eine Irisblende, den man ja kneifen kann. Und diese Prostata muss hier genau entfernt werden. Und wenn wir davon sprechen, dass der Tumor gut entfernt werden muss, dann ist es besonders wichtig, natürlich zum einen die Strukturen gut zu erhalten. Sie wollen den Schließmuskel möglichst nicht hier verletzen. Sie wollen aber auch nicht die Prostata drin lassen oder zu knapp hier sein, weil dann unter Umständen tatsächlich kleinste Anteile von der Krebserkrankung drin bleiben. Das will man nicht. Und wenn Sie sich vorstellen, dass man das hier rausoperiert, dann haben Sie zwischen Harnblase und zwischen Harnröhre hier im Prinzip so eine Lücke. Und diese Lücke, die geht schnell zu, weil die Blase fällt so ganz leicht nach unten und fällt in diese Lücke rein. Das ist nicht das Problem, aber Sie müssen dann im Prinzip diesen Blasenhals und die Harnröhre, den Harnröhrenstumpf hier neu verbinden. Und wir nennen das die Anastomose. Eine Anastomose ist eine Neuverbindung zwischen Blase und Harnröhre. Und das machen wir in unserem operativen Verfahren. So, und dann kommt die Frage häufig auch auf. Ja, ich habe gehört, es gibt offene, große Schnittoperationen. Es gibt aber auch Schlüssellochoperationen. Und ich habe Ihnen das kurz einmal aufgeführt hier zur Übersicht. Man muss ganz klar sagen, meine Meinung ist dazu, am Ende zählt nicht die Methode, sondern es zählt der Operateur, der die Methode, die er am besten kann, am Patienten anwendet. Und das ist das, worauf Sie auch achten sollten. Nicht jeder Operateur ist gut am Roboter. Und nicht jeder Roboterchirurg ist gut am offenen Operieren. Es gibt Chirurgen, so wie ich zum Beispiel auch das Glück gehabt habe, alle Methoden zu lernen, nämlich erst die offene Operation vor 20 Jahren ungefähr und dann die minimalinvasiven Techniken, also die normale Schlüssellochchirurgie, wie Sie es hier im Bild sehen können. Und die Da Vinci-Technik, auf die ich jetzt ein bisschen spezieller eingehen möchte, die ist sozusagen seit einigen Jahren erst in Deutschland verfügbar. In den USA werden inzwischen schon 95 Prozent der Operationen damit gemacht. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Und wir können froh sein, dass wir daran teilhaben, weil der Patient aus meiner Sicht hier ganz klare Vorteile hat, die sich auch in eine verbesserte Qualität der Operation niederschlagen. So, und damit sind wir im dritten Kapitel, nämlich das Special über die Roboter assistierte Da Vinci-Technik. Und das möchte ich Ihnen einmal jetzt zeigen. Fangen wir nochmal kurz an mit der Historie. Das ist nämlich ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, die erste Laparoskopie, also mit Schlüssellochtechnik, mit einer Kamera in den Bauch gucken, wurde bei einem Hund zuerst gemacht, 1901. Und es hat dann nochmal 80 Jahre gedauert, bis zum Beispiel die erste Gallenblase entfernt wurde. Und alle von Ihnen wissen, glaube ich, dass das heute die absolute Standardmethode ist, eine Gallenblase oder auch einen Blinddarm zu entfernen. Und was Sie auch sehen, ist, dass wir in der Urologie ein bisschen noch gebraucht haben, sowohl die Nephriktomien, also die Nierenoperationen laparoskopisch zu machen. Großer Schwerpunkt übrigens unserer Abteilung hier in Altona. Und Sie sehen, dass es noch ein bisschen länger gedauert hat, nämlich die erste minimalinvasive Prostatektomie, die wurde so vor guten 20 Jahren gemacht. Und was ich gerade schon erwähnte, wir haben einen ganz klaren Paradigmenwechsel in den letzten Jahren, immer mehr hin zu minimalinvasiven Techniken, immer mehr hin zu mehr schonenden Operationen. Und die Da Vinci-Technik, die ich Ihnen jetzt gerne nochmal im Detail vorstelle, wird in den USA bereits in 95 Prozent aller Prostatakrebsoperationen durchgeführt. Hier sehen Sie nochmal so gewissermaßen ein historisches Bild. Hier steht das OP-Team am Patienten. Sie sehen, wie kleine Instrumente durch die Bauchdecke eingeführt sind. Man also am Ende im rechten Bild und im linken auch gut zu sehen, wie man am Ende auf den Monitor schaut und die Kamera gehalten wird, in den Bauchraum reinschaut und mit den Instrumenten gearbeitet wird. Und das ist die große Änderung auch bei dem Da Vinci, nämlich diese Technologie, die dann von einer sogenannten Konsole ausgeführt wird. Übrigens, Da Vinci, ich muss es glaube ich nicht erwähnen, einer der bekanntesten Urforscher, wenn man so will, der sich schon sehr früh mit den Fragen beschäftigt hat, wie funktionieren technische Systeme, aber auch, wie sieht der Mensch von innen aus. Das ist ganz spannend, da nochmal drüber nachzulesen. Und ich will Ihnen zeigen, was dieser Da Vinci eigentlich genau ist. Da sehen Sie hier diese drei Komponenten. Und ich will es Ihnen auch gleich in einem Video zeigen. Aber tatsächlich haben wir diese Konsole. Wenn Sie genau hinschauen, sind da so Fußpedale. Da sind aber auch so kleine Joysticks, die der Operateur in der Hand hält. Das zeige ich Ihnen gleich. Und dann sehen Sie hier unseren Turm, wo ein Monitor installiert ist, wo man drauf gucken kann. Und zwar gucken da vor allen Dingen die drauf, die am OP-Tisch stehen. Und am OP-Tisch steht die OP-Schwester und der Assistent, während der Chirurg an dieser Konsole sitzt und hier oben in die Optik reinschaut. Das sehen Sie gleich alles noch. Und der eigentliche Da Vinci-Roboter ist dann dieses Gestell, wenn man so will, was über den Patienten gefahren wird. Und ich glaube, wir zeigen jetzt mal unser erstes Video. Das kommt nämlich jetzt hier. Das blenden wir Ihnen mal ein. Hier sehen Sie es, diese Technik Da Vinci. Ich erkläre Ihnen das ein bisschen dazu, parallel hier die Arme zu sehen. Diese werden letztendlich über den Patienten gefahren. Das ist jetzt die Konsole. Und hier können Sie ganz gut erkennen, wie der Arzt das steuert und das eins zu eins übersetzt wird in diese Halterung und in die Instrumente, die man darüber einfallen lässt. Und ich glaube, wir haben gleich noch ein weiteres Video. Ich mache einmal kurz weiter. Ich wollte Ihnen, bevor wir das machen, noch einmal kurz die Frage zeigen und beantworten, was man eigentlich machen muss. Haben wir dieses Teaching-Video eigentlich auch da mit diesen Übungen? Nee, das habe ich Ihnen, glaube ich, gar nicht eingereicht, aber ist nicht so schlimm. Ich wollte Ihnen gerne noch mal zeigen, wie es überhaupt dazu oder was man machen muss, um überhaupt ein Da Vinci-Chirurg zu werden. Sie sehen nämlich hier, dass man so ein Da Vinci-System, hier sind also diese Arme, die am Ende die Instrumente dann angedockt haben. Und Sie sehen hier mal so einen künstlichen Torso, an dem man tatsächlich Trainings macht. Und bis man dann am Ende so eine Urkunde hat und freigegeben wird als Da Vinci-Chirurg, muss man eine ganze Menge an verschiedenen Lernelementen durchlaufen. Insofern können Sie als Patient beruhigt sein, dass man nicht irgendwie an Ihnen rumoperiert und rumprobiert, sondern dass das wirklich ein langes Trainingsprogramm ist. Und bevor ich Ihnen dann noch mal zwei, drei Live-OPs zeige, will ich Ihnen hier an diesen Bildern noch mal zeigen, so sieht das tatsächlich im OP-Saal aus. Sie sehen hier unsere Roboterarme, die über dem Patienten liegen und über die Roboterarme gehen die Instrumente in den Körper. Und dieses Element ist verbunden mit dieser Konsole. Dort sitzt der Chirurg, schaut hier rein und hat eine zehnfache Vergrößerung, eine dreidimensionale Sicht. Also auch eine unheimlich verbesserte Sicht, als wir das von den eigenen Augen kennen. Aber auch noch viel besser, als wir das von der normalen Schlüssellochchirurgie kennen. Und das führt eben dazu, dass wir die Strukturen, die wir sehen müssen, viel besser sehen, Nerven viel besser erkennen können. Und die Bewegung der Arme eben eins zu eins von den Fingern übersetzen in die Arme, die über den Patienten sind. Also eine total eins zu eins Präzision, die sich am Ende auszahlt für den Patienten. Und wir machen mal hier kurz weiter. Das wollte ich Ihnen zeigen. Erfreulicherweise sind wir hier in Altona ja in einem interdisziplinären Team unterwegs. Wir haben ja nicht nur die Urologie, sondern auch andere Disziplinen, wie die allgemeine Viszeralchirurgie. Wie Professor Puhl, aber auch Professor Köhler und die Kollegen aus der HNO, die dieses System nutzen für bestimmte Eingriffe. Und für diese Konzepte sind wir seinerzeit mal ausgezeichnet worden, was ich sehr toll finde. Nämlich den German Medical Award. So, und jetzt mit einem kurzen Blick nochmal auf die Fragen zwischendurch. Da haben wir nochmal ein paar Fragen, die ich Ihnen gleich nochmal beantworten werde. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, meine Damen und Herren, nämlich nochmal, wer kommt jetzt eigentlich in Frage? Und hier sind wir wieder bei dem Thema Kätzchen oder Tiger. Ich hatte Ihnen gesagt, dass die Patienten, die in der niedrigen Risikogruppe sind, und immerhin sind es 30 Prozent aller Prostatakrebspatienten. Das sehen Sie hier in dieser Zeile. Alle Prostatakrebspatienten sind diese Gesamtheit und die niedrige Risikogruppe. Das sind ungefähr 30 Prozent und die mittleren und hohen Risiken sind 70 Prozent. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn der Titel des heutigen Vortrages lautet, die beste OP ist die, die man nicht machen muss. Dann sind es genau diese 30 Prozent und tatsächlich ist es auf der ganzen Welt so, dass die Zahl für die radikale Prostatektomie in den letzten zehn Jahren um circa 15, 20 Prozent schon runtergegangen ist, weil man gelernt hat, die Patienten mit einem niedrigen Risiko, die muss man gar nicht operieren, die kann man beobachten. Deswegen bei der Frage, wer kommt in Frage für diese OP, sind es im Wesentlichen die Patienten aus den mittleren und hohen Risikogruppen, also eher die Tigerkrebse, die hier behandelt werden. Und ich möchte Ihnen die Technik im Speziellen jetzt nochmal zeigen und möchte einmal anfangen. Dieses Bild hatte ich Ihnen eben schon gezeigt mit einem kleinen OP-Video aus dem Saal. Da sehen Sie nämlich hier ganz gut, wie der Operateur an der Konsole sitzt und diese Joysticks bedient und selber dort oben hineinschaut. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Und im nächsten Video sehen Sie gewissermaßen, was auf der anderen Seite passiert, nämlich wie die Arme gesteuert werden und wie die Kollegen, können wir ruhig noch einmal eben fahren lassen, so sehen wir es nochmal, wie die Kollegen im Monitor genau miterleben können, was der Operateur sieht. Und hier eben diese Präzision der Fingerbewegung auf die Arme weitergegeben wird. Und um das Ihnen auch mal ein bisschen plastisch zu zeigen, möchte ich Ihnen tatsächlich an dieser Stelle jetzt auch mal echte OP-Videos zeigen. Mir ist bewusst, dass das nicht jedermanns Sache ist. Also wenn Sie hier nicht so gut sowas vertragen, ist keine Angst, das ist nicht besonders blutig oder sowas. Aber ich denke, wenn wir über eine spezielle Technik reden, dann möchte ich Ihnen tatsächlich an dieser Stelle auch mal die Schritte zeigen. Und wir blenden mal das erste Video ein. Und das ist, können wir es sehen? Ja. Genau, da kommen wir. Sehen Sie den Blick? Kann ich das eigentlich auch stoppen? Ja, kann ich. Super, das ist gut. Dann will ich Ihnen das noch einmal kurz erklären. Und zwar ist dies der Blick in das kleine Becken. Sie müssen sich vorstellen, man sieht hier den Beckenknochen. Hier sind die Instrumente. Und man schaut hier in das kleine Becken von oben rein, also auf den Beckenboden. Und Sie sehen jetzt ganz gut, wie die Prostata hier in Ihrem Umfeld frei gemacht wird. Sie sehen also, wie hier an der Seite sieht man sehr schön, wie der Beckenboden hier abgeschoben wird von der Prostata. Die Prostata sitzt ja im Beckenboden drin. Und Sie sehen, welche Präzision man hier anwenden kann, wie sich das Instrument bewegt, der Roboter und wie man auch diese ganzen Muskelfasern an dieser Stelle schonen kann. Und ich wage zu behaupten, dass das mit keiner Methode wirklich so gut sichtbar ist, wie mit der Roboter-Methode. Und das ist deswegen wichtig, weil wir an dieser Stelle schonen natürlich Patienten auch ihre gesamten muskulären Strukturen gut schonen können. Und die brauchen wir ja am Ende auch für das Halten des Urins, also für die Kontinenz. Das ist Nummer eins, also Sie konnten schön sehen, wie die Prostata an der Seite so frei gemacht wird, unter oder mithilfe dieser Roboter-Arme. Und jetzt kommt das nächste Video. Und das ist, wenn Sie sich erinnern an die Stelle, wie wir die Prostata von der Blase absetzen. Und das ist ebenfalls ganz interessant. Ne, das war jetzt das Gleiche nochmal. Wir müssen nochmal einen weitermachen. Das Video Blasenhals. Genau, das ist es. Hier sehen Sie, meine Damen und Herren, wie wir, das muss ich wahrscheinlich gleich Ihnen auch einmal zeigen. Genau, wenn Sie sich das jetzt nochmal anschauen, dann sehen Sie hier den Beckenboden. Man sieht hier die Prostata und im Prinzip ist hier die Blase. Das heißt, wir haben eben in dem Schema von vorne drauf geguckt. Und wir gucken jetzt im Prinzip von Kopf in Fußrichtung. Also hier unten ist Beckenboden. Dort geht es raus, die Harnröhre. Prostata. Blase. Und jetzt werden Sie sehen im nächsten, wie man jetzt es versucht, die Blase, wie sie den Trichter in die Prostata hineingeht, ganz gezielt abzusetzen. Das sieht man sehr, sehr schön, wie man sehr gezielt hier die Blase, den Ausgang der Blase hier eröffnet, den Katheter hier sieht und am Ende die Blase an dieser Stelle von der Prostata abtrennt, sodass die Prostata an dieser Stelle jetzt abgetrennt ist und frei liegt. Und das ist ein wichtiger Schritt, weil die Blase ja wie so ein kleines Ventil nach außen geht und je besser man dieses kleine Ventil erhalten kann, und das gelingt mit der Da Vinci-Technik wirklich sehr, sehr gut und sehr schonend, führt dazu, dass die Patienten auch dann sehr früh erst wieder lernen, ihre Harnröhre zu kontrollieren und den Schließmuskel und die Kontinenz gut zu beeinflussen. Im nächsten Video, das ist das Thema Nerverhalt, da sehen wir jetzt mal einen ganz wichtigen Schritt, und das hatte ich Ihnen eben schon gesagt, dass wir bei einigen Patienten ja in der Lage sind und es auch mit den Patienten vorgesprechen, die Nerven zu erhalten. Was heißt das Nerven erhalten? Ich hatte Ihnen gesagt, die Nerven, die wachsen sehr nah an der Prostata entlang und wenn man diese Prostata mit einem sehr großen Sicherheitsabstand entfernt, dann muss man davon ausgehen, dass bestimmte Nerven geschädigt werden und nicht wenige Patienten klagen danach über Störungen bei der Erektion. Nun ist Erektion nicht immer ein Thema, was noch Wichtigkeit hat für die betroffenen Patienten, das hängt von vielen Dingen ab, das ist ein Thema des Alters, Thema der Nebenerkrankung, ein Thema auch der Partnerschaft und das ist was, was man individuell bespricht. Und wenn Patienten einen Tumor haben, der es erlaubt, dass man ihn nicht mit so einem riesig großen Sicherheitsabstand operieren muss, dann kann man sich auch ein bisschen näher an die Prostata herantrauen. Wir arbeiten hier auch mit Schnellschnitttechniken, wo wir in der OP untersuchen, ob der Prostatakrebs aus der Prostata gewachsen ist. Und hier können Sie sehr schön sehen, wie die Nervenstrukturen von der Prostata so nach unten weggeschoben werden und insofern in diesen Strukturen liegen im Prinzip die Nerven, die zum Penis, zum Schwellkörper ziehen und am Ende dem Patienten die Erektion erhalten. Können Sie ganz gut, glaube ich, erkennen, wie hier die Nervenbündel richtig schön erhalten werden und dem Patienten dann helfen, die Funktionalität aufrechtzuerhalten. Und der letzte Schritt ist auch nochmal wichtig und zeigt, wie präzise wir hier unterwegs sind. Das ist das Full Length Urethra, dieses Ding. Genau. Und da ist es so, wenn die Prostata entfernt ist, und das sehen Sie jetzt, die Prostata ist im Prinzip, oder ist kurz davor entfernt zu werden, nämlich man muss sie jetzt ja am tiefsten Punkt von der Harnröhre absetzen. Sie sehen gewissermaßen hier den Schließmuskel und Sie sehen, wie wir jetzt es schaffen, nah an die Prostata ranzugehen, aber nicht zu nah und hier an der Stelle, wo die Harnröhre einmündet, sie so darzustellen. Da ist der Katheter jetzt, um wirklich sehr präzise die Prostata dort abzutrennen, es aber auch zu schaffen, dass die Harnröhre einen gewissen langen Stumpf hat, weil je länger dieser Stumpf ist, desto besser ist am Ende für den Patienten die Möglichkeit, den Urin wieder gut zu halten. Und das gelingt also mit dieser Technologie und Sie sehen, das ist jetzt das Bild, was der Operateur sieht, durch seine Zehnfachvergrößerung mit den Handinstrumenten, die eben exakt das tun, was man mit seinen Händen macht. Das wird eins zu eins übersetzt und das ist ein ganz anderes Operieren, als man das kennt, wenn man entweder die ganze Hand beim offenen Operieren im Menschen hat oder aber, wenn man mit Schlüssellochtechnik operiert, wo man eine Schere in der Hand hat, die aber am Ende nicht so diese Beweglichkeit hat, wie das die DaVinci-Technologie ermöglicht. Und ich denke, ich hoffe zumindest, dass das klar geworden ist, wie wir hier mit der Technologie eben am Ende da eigentlich nur zum Ziel haben, den Krebs sicher zu entfernen, das hatte ich eben gesagt, aber auch die Funktionalitäten für die Männer zu erhalten, das ist ganz wichtig, denn die Inkontinenz ist früher ein großes Problem geworden. Und dank dieser Innovation und dieser Schritte in den einzelnen OP-Abschnitten, die ich Ihnen gezeigt habe, sind wir heute in der Lage, die Kontinenz nicht nur bei fast 99 Prozent der Patienten wiederherzustellen, sondern auch in sehr schneller Reihenfolge, also sehr schnell nach der OP, haben wir durch diese technischen Finessen es schaffen können, dass viele Männer schon in wenigen Tagen, nachdem der Katheter entfernt wird, das zeige ich Ihnen gleich noch, eben schon sagen, ich kann den Urin schon ziemlich gut halten. Das ist sehr schön. Und wenn Sie nach ein oder zwei Monaten diese Patienten anschauen, ist bei fast allen die Kontinenz, wenn man diese Bedingungen hier so herstellen konnte, und das ist wie gesagt im Großteil der Patienten der Fall, ist das alles wirklich sehr, sehr gut geworden und auch eine deutliche Verbesserung im Vergleich noch zu vor 10, 15 und 20 Jahren. Wenn man sich das kosmetische Ergebnis anschaut, das ist vielleicht nicht für jedermann jetzt so wichtig, ich führe dann häufig, ja, ich wollte nicht mehr im Bikini am Strand rumrennen und am Schönheitswettbewerb teilnehmen, trotzdem machen wir uns nichts vor. Das ist nicht nur die Kosmetik, sondern es ist auch die Frage, ob nicht die kleinen Schnitte in Summe, sind die zwar auch ein bisschen größer, aber man muss sagen, die Männer haben hier fast keine Schmerzen. Wir haben durch diese Technologie die Schmerzmittelverbräuche sehr senken können, Intensivstationen gibt es fast gar nicht mehr, schon am selben Abend kann aufgestanden werden, man kann sich normal wieder ernähren. Also die Tatsache, dass wir kleine Schnitte nehmen, zeigt, dass die Männer sehr schnell wieder fit sind und hier eben, und das gilt natürlich für Frauen auch für andere Operationen, die wir machen, Nierenoperationen oder so, also eine sehr schöne Entwicklung. Was ich Ihnen nochmal zeigen wollte, und das ist so ein Teil, darüber wird eigentlich gar nicht so häufig gesprochen, ist aber ein fester Bestandteil letztendlich der Therapie, nämlich dieser Katheter, der hier drin liegt. Sie sehen hier ein Röntgenbild, ich hatte Ihnen das vielleicht noch nicht so gesagt, wenn wir die neue Verbindung nähen zwischen Harnblase und Harnröhre, die Anastomose, dann muss hier ein Katheter rein, der die Blase einfach leer laufen lässt über fünf Tage, damit diese Verbindung nicht unter Wasser steht, sondern einfach gut abheilen kann. Ich denke, das ist eine klare, kann man klar verstehen. Und Sie sehen jetzt mal, was wir dann nach fünf Tagen machen. Nach fünf Tagen machen wir ein sogenanntes Zystogramm, also eine Röntgenuntersuchung der Harnblase. Wir nennen das auch Dichtigkeitsprüfung. Sie sehen hier den Katheter, den kann man sehen, weil die Spitze des Katheters immer, der hat Metall, sodass man hier das im Röntgenbild sehen kann. Und dann geben wir Kontrastmittel, also eine Flüssigkeit, die leuchtet im Röntgen, geben wir in die Blase. Und Sie sehen hier sehr gut, dass die Blase sich hier füllt. Sie sehen auch, dass der Ballon, mit dem der Katheter sich hier festhält, hier am untersten Teil im Prinzip den Katheter festhält. Und was Sie dann sehen, ist, dass wir hier sehr genau hingucken, denn dies ist die Stelle, wo die Harnröhre an die Blase neu angenäht ist. Und Sie sehen in diesem Fall, dass das Kontrastmittel nur in unserer Blase ankommt, aber nicht mehr rausläuft. Das heißt, man kann sagen, die Anastomosis dicht, der Katheter kann entfernt werden. Im nächsten Bild zeige ich Ihnen ein anderes Beispiel. Da ist es nämlich so, da sehen Sie vergleichbar hier, dass an dieser Stelle Kontrastmittel austritt. Ein Kontrastmittel extravasat nennen wir das. Also da tritt noch ein bisschen was aus. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Es zeigt nur, dass die Abstände, mit denen wir genäht haben, einfach nach fünf Tagen noch nicht verheilt sind. Und die Heilungsdauer einer solchen Anastomose sind mal vier Tage, mal acht Tage, mal zwölf Tage und manchmal auch drei Wochen. Das ist ganz unterschiedlich, aber wir wissen, dass ungefähr 80 Prozent nach fünf Tagen schon hier abgedichtet sind und wir den Katheter entfernen können. Und dann beginnt die Phase für die Männer, die ganz besonders wichtig ist, weil das Wasserlassen neu, ich will nicht sagen neu eintrainiert werden muss, aber die Postata ist weg. Die hilft bei uns Männern beim Abdichten und wenn sie weg ist, ist der Schließmuskel alleine. Man muss gewissermaßen hier Training machen. Und wie gesagt, durch die technischen Innovationen, die wir hier auch ständig weiter ausfallen und weiterentwickeln und verbessern und selber auch viel mehr Erfahrung über die Jahre haben sammeln können, kann man eben sagen, dass diese Kontinenz schon nach wenigen Tagen bei vielen Männern vorhanden ist. So, und zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen in ganz wenigen Aspekten nochmal zeigen, wie wir es in Altona eigentlich machen. Wir haben eine Stunde jetzt rum, das passt genau richtig, dann können wir gleich noch ein bisschen diskutieren. Bei uns ist es so, dass wir in Altona sowohl auf dem Sektor Diagnostik wie auch Therapie hier eigentlich alles anbieten. Wir haben bei uns in der Urologie mit unserer Nachbardisziplin, natürlich PSA ist klar, da braucht man nichts Großes für außer Laborgeräte, aber wir haben tatsächlich auch diese MRT-Technologie hier am Hause, die wir auch anbieten können. Das ist etwas, was letztendlich im Zusammenspiel mit den niedergelassenen Urologen läuft. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich bei denen melden, die können sich bei uns melden oder Sie können sich bei uns melden. Und auch die Biopsie-Techniken, die ich Ihnen eben gezeigt habe, sind hier gut vertreten. Die Therapie, also Da Vinci-Postatektomie habe ich Ihnen gezeigt. Wir sind auch in der Lage, offene Operationen zu machen, aber tatsächlich ist es so, dass wir hier in Altona bei derzeit ungefähr 100 Operationen, die alle nur von zwei Operatoren gemacht werden, Das ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir eben uns auch so verstehen, dass diese Operation auf gar keinen Fall ein Anfängereingriff ist, sondern das wird immer im gleichen Team gemacht, weil uns von Operatoren, die über 1000 Eingriffe hier gemacht haben. Und das ist etwas, was wir wichtig finden, dass den Patienten dieses Qualitätsversprechen auch an die Hand gegeben wird. Völlig egal, welche Krankenversicherung dahinter steht, aber eben auch so Dinge wie Tumorboard, also mit Experten anderer Disziplin, Onkologen, Strahlentherapeuten, Fälle zu besprechen, finden wir sehr wichtig. Dort sind wir vernetzt, auch hier im Asklepios Tumorzentrum mit anderen Abteilungen, die sich dann per Video zum Teil auch aus anderen Kliniken zuschalten. Aber auch das Thema medikamentöse Therapie, da haben wir heute jetzt gar nicht drüber gesprochen, dort finden Sie im Asklepios Kanal auch ältere Videos zu dem Thema Medikamente, also Hormontherapien, Chemotherapien, all das können wir anbieten. Und nicht zum Schluss, habe ich auch geschrieben, die aktive Überwachung, also die Behandlung bei Niedrigrisikofällen. Ich freue mich immer, wenn wir Patienten ein Feedback mit nach Hause geben und wir von Patienten auch ein Feedback bekommen. Und ich möchte Ihnen sagen an dieser Stelle, dass das für uns wirklich ganz wichtig ist, in der Abteilung mehr zu sein als nur Chirurgen, die irgendein Organ rausnehmen, sondern es ist ja wichtig, Patienten und Männer in dieser Situation zu begleiten, wo es wirklich um mehr geht, als irgendein Organ zu entnehmen. Es ist etwas völlig anderes als eine Blinddarm-OP, weil eben auch so Sachen wie Kontinenz und Potenz, Sexualität hiervon berührt sind. Und am Ende ist natürlich auch eine Prostatakrebserkrankung ernst zu nehmen. Und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Kommentar. Hier ist mal das Portal Klinikbewertungen angegeben, was man anschauen kann, wo wir wirklich auch sehr schöne Kommentare haben. Und wenn man einen Kommentar, eine Kritik enthält, können Sie sicher sein, beschäftigen wir uns da intensiv mit, weil wir finden, dass eine Kritik immer auch eine Möglichkeit ist, dass wir uns verbessern können. Und das steht ganz oben bei uns. Schlussendlich möchte ich einmal zusammenfassen, bevor wir dann gerne auch Ihre Fragen nochmal besprechen. Bitte nehmen Sie nochmal mit. Der Titel des heutigen Vortrages ist ja Aktuelles zum Prostatakarzinom und Schwerpunkt Operation. Die beste OP ist, die man nicht machen muss. Trotzdem, wir haben in Deutschland 60.000 Neuerkrankungen jedes Jahr. Das ist der häufigste Krebs beim Mann. Das sind gleich viele Fälle wie bei Frauen Brustkrebs. Wir haben 12.000 Todesfälle. Da kann man jetzt darüber streiten, ob das viel oder wenig ist. Ich persönlich finde, es sind 12.000 zu viel. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass ein Großteil, nicht alle, man muss fair sein, wir können nicht alle Krebse verhindern und auch nicht alle Todesfälle verhindern. Egal wie früh wir das feststellen, weil es gibt Krebse, die sind so aggressiv, da kann man nichts machen. Aber ein Großteil dieser 12.000 Todesfälle könnte man wahrscheinlich durch eine verbesserte Früherkennung herausfinden. So, und das Ziel, das möchte ich nochmal sagen, ist unbedingt herauszufinden, nicht nur liegt ein Prostatakrebs vor, ja oder nein, sondern es geht auch ganz gezielt darum, in welcher Risikogruppe das ist. Stichwort Kätzchen oder Tiger. Warum ist das wichtig? Weil es eben nicht mehr darum geht, wie uns Urologen jahrelang vorgeworfen wurde, dass wir jeden Mann gleich operieren wollen. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, ich habe Ihnen das gut dargestellt und ich glaube, dass wir da auch glaubwürdig sind, dass wir Patienten, und Sie können es in internationalen Zahlen sehen, die radikale Prostatektomie wird 20 Prozent weniger gemacht, weil man in der guten Risikogruppe nicht mehr operiert. Bei denen, die aber operiert werden müssen, im mittleren und High-Risk-Bereich, da ist die Operation eine sehr gute Option für diese Patienten. Neben der Bestrahlung, aber wenn Sie die Operation wählen, dann ist es wichtig, dass Sie einen Operateur auswählen, der eine Methode anwendet, mit der er gute Ergebnisse macht, nämlich die Krebsentfernung ist Top 1, aber auch die funktionellen Ergebnisse, nämlich die Kontinenz möglichst schnell wiederherzustellen, nicht nur sie wiederherzustellen, sondern möglichst schnell und auch in den Fällen, wo das wichtig ist und gewünscht ist, einen Potenzerhalt zu schaffen. Und hier glaube ich wirklich, Ihnen guten Gewissens sagen zu können, dass die roboterassistierte Technik, da Vinci, ein Höchstmaß an Präzision bietet, bessere schonende Möglichkeiten bietet. Und das, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist ganz wichtig für das Outcome, für die Ergebnisse, die wir unseren Patienten bieten wollen, denn am Ende geht es nur um das, der Patient muss den Postatakrebs gut bekämpft haben mit unserer Hilfe und das aber auch mit möglichst wenig Schaden. Und ich denke, das gelingt in immer mehr Fällen, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Und damit, meine Damen und Herren, darf ich mich bedanken. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Wir sind mit einer ganz guten Homepage vertreten, die Sie anschauen können. Schauen Sie auch gerne noch mal in diesen Asklepios-Kanal rein. Hier sind neben diesen Webinaren, die man ja auch später abrufen kann, auch ältere Videos noch zum Thema. Manche sind schon ein bisschen alt, sind aber inhaltlich auch nicht verkehrt. Und ich stehe Ihnen gerne jetzt noch ein paar Minuten hier zur Verfügung und würde mal kurz in die Fragen reinschauen, während Sie sich vielleicht noch mal was zu trinken holen oder sich auch noch mal Fragen überlegen. Ich danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier so gerade reinkommen haben. Da haben wir so ein paar Anmerkungen zu technischen Dingen. Ich hoffe, die sind überwunden. So, wir haben hier einige Fragen. Ich sehe das hier rechts in meinem Laptop, deswegen gucke ich sie nicht an. Ich lese es hier auf meinem Screen. Hat mir schon besprochen. Es gibt tatsächlich experimentelle Therapien. Ein Interessent hier hat gefragt, die Kügelchen, die in die Kleinblutbahnen gehen und zum Wachstum der Prostata hemmen. Da gibt es verschiedene Ansätze im Bereich der gutartigen Prostata und auch bei Prostatakrebs. Besonders angeschaut wird das natürlich, ob man zukünftig vielleicht auch sich ersparen kann, nicht die ganze Prostata rauszunehmen, sondern nur eine halbe oder einen kleinen Teil. Das ist heute noch nicht möglich, weil wir wissen, dass der Prostatakrebs allzu oft eben auch auf die gesamte Prostata ausgedehnt ist, obwohl man vielleicht dachte, er ist nur an einer Stelle. Also das ist noch ein bisschen gefährlich. Ich hatte Ihnen auch geantwortet hier mit dem Chat, als ich noch nicht online war, dass das eine experimentelle Methode ist, die man sich gut angucken muss. Für einen Laien eine sehr schöne OP-Vorstellung schreiben Sie. Das freut mich. Danke für das Feedback. Ich bin, das hatte ich ja auch im Vorfeld mit meiner netten Assistentin hier besprochen, dass es immer ein bisschen komisch ist, OP-Videos zu zeigen. Wir arbeiten noch an Ideen, dass wir OP-Videos trotzdem irgendwie lebendig rüberkommen lassen, weil ich glaube, es ist auch ganz interessant, das mal zu sehen, wie es in echt aussieht. Das ist vielen Patienten ja verschlossen. Aber man will auch niemanden schocken, weil es ist auch nicht jedermanns Sache. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Dann wird hier auch nochmal, genau, Behandlungsmöglichkeit des Prostatakrebs im Frühstadium durch Protonenbestrahlung oder Ultraschall. Also vielleicht nochmal dazu. Im Niedrigrisikobereich, Low-Risk-Prostatakarzinom, ist es nicht verboten zu operieren. Es gibt ja auch Patienten, die ehrlich gesagt gar nicht damit leben können, wenn man ihnen sagt, wir machen nichts. Also das ist nicht jedermanns Sache, gar nichts zu machen. Das sind Ängste. Man hat Angst vor der Zeitbombe, vor der Krebserkrankung. Also man darf was machen. Aber neben der Operation, die in Frage kommt, kommen tatsächlich auch spezielle Strahlentherapien in Frage. Ich hatte eben die Seeds-Behandlung, die Brachytherapie genannt. Mit Ultraschall, da gibt es die sogenannte Haifu-Methode, die High-Intensity, also hochfokussierte Hochintensitätsmethode, die an einzelnen Kliniken auch gemacht wird. Wir arbeiten hier auch mit unserer Partnerklinik in Rissen gerne zusammen, wo das angeboten wird beim Professor Bach. Und das ist, wie gesagt, man muss das prüfen. Man muss sich sehr genau die Parameter angucken, die ich Ihnen gesagt hatte, nämlich PSA-Wert, Biopsie-Ergebnis. Wie viele Stanzbiopsien waren betroffen? War es nur eine? Waren es zwölf? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal betonen. Der Profi, sprich der Urologe, und das kann auch sehr gut Ihr Urologe in der Praxis sein, der kann das heutzutage sehr gut, sehr treffsicher auch einschätzen, in welcher Risikogruppe Sie sind. Und Ihnen auch am besten die Erfahrungswerte sagen, mit welcher Methode man am besten hier unterwegs ist. Aber weil Sie fragten, ob man beim Niedrigrisiko das machen kann, jawohl, kann man machen. Aber man muss auch sagen, unter Umständen muss man vielleicht auch gar nichts machen. Das möchte ich noch mal sagen. Oh ja, genau. Hier kommt die interessante Frage auch noch mal. Da eine Bevorzugung vom DaVinci in Zukunft befürchtet wird, weil das teure Gerät arbeiten muss, oder sind wir Patienten von so einer Abwägung geschützt? Das ist ein guter Punkt. Ich möchte das auch noch mal sagen. Und ich finde es auch gut, dass man solche Themen mal offen anspricht. Ich habe einen Dia gehabt, das habe ich aber rausgelöscht. Das hat so eine Spiegel-Headline. In Deutschland wird zu viel operiert. Das ist eine Headline, die alle von Ihnen schon mal gehört haben. Und die nächste Headline, die ich mir vorstellen kann, die es lange nicht mehr gegeben hat, zum Glück, aber die gab es lange Zeit, nämlich die Tatsache, dass Chefärzte danach bezahlt werden, wie viel Sie operieren. Und ich kann vielleicht dazu auch noch mal sagen, und in die Richtung geht das ja, muss ein Patient befürchten, dass er operiert wird, weil ein Arzt mehr Geld verdienen will, oder weil ein Gerät ausgelastet werden muss. Ich finde das ganz wichtige Fragen. Und ich sage Ihnen aus wirklich tiefstem Herzen, mit wirklich absoluter Ehrlichkeit, diese Befürchtungen müssen Sie nicht haben, weil, ad eins, es gibt eine Änderung, oder es gibt ein klares Berufsrecht, nicht mal eine Änderung, das war schon immer so, dass in unserem ärztlichen Berufsrecht Bezahlung nach einer Menge, also nach dem Motto, mach noch fünf Prostata-OPs mehr, dann kriegst du mehr Geld, ist verboten. Das gibt es nicht, und das ist auch in Verträgen nicht mehr existent. Das hat es früher vielleicht mal gegeben, aber ich habe zum Glück so einen Vertrag nie gehabt. Ich hätte ihn auch nicht unterschrieben, und ich kann Sie da beruhigen, sowas gibt es nicht. Natürlich haben wir Ziele heutzutage, die aber tatsächlich eher darin liegen, Qualitätsziele zu vereinbaren. Nach dem Motto, der Arzt wird belohnt, wenn er besonders viele Patienten gut operiert hat, und ich hatte Ihnen das schon angedeutet, was ist gut? Gut ist, der Krebs muss raus sein, die Kontinenz muss schnell wieder da sein, der Patient muss möglichst seine Erektion behalten. Das sind zum Beispiel Ziele, die ich besonders gut finde, und finde es auch völlig in Ordnung, dann einen Reiz anzusetzen, für nicht nur mich, sondern auch für andere Ärzte. Wir wollen hier eine gute Qualität, aber es geht nicht um Menge, es geht um die Qualität. Das Zweite ist die Auslastung von Geräten. Sie haben recht, der Da Vinci ist teuer, aber ich darf Ihnen auch sagen, er ist allgemein verbreitet. In Deutschland stehen mittlerweile 180, 190 Systeme. Allein bei Asklepios in Hamburg stehen drei, und in ganz Hamburg stehen mindestens acht Da Vinci-Roboter. Und natürlich sind die teuer in der Anschaffung und natürlich haben die auch einen Unterhaltungswert. Aber ich glaube, wir würden uns sehr schnell sehr viele Feinde machen, wenn klar würde, dass wir Patienten unters Messer legen mit Prostatakrebs, die eigentlich gar nicht operiert werden müssen. Und ich sage noch mal, auch meinen Patienten, es gibt viele, die würden das hier bestätigen. Ich meine sogar einen Kommentar hier gelesen zu haben. Die beste OP ist die, die man nicht machen muss. Und damit gehen wir auch auf Patienten zu. Und wir müssen halt die Aufgabe lösen, dass wir unseren Da Vinci und unsere Geräte auslasten, mit Operationen, die man machen muss. Und das gelingt eigentlich ganz gut bei uns. Kein Ton ist hoffentlich überwunden. Was kostet ein Prostat-MRT, falls die Krankenkasse nicht zahlt? Ich muss Ihnen sagen, das ist leider tatsächlich immer ein blödes Thema. Sie wissen, wie unser System funktioniert in Deutschland. Wir haben ja die gesetzlichen und die privaten Krankenkassen und die gesetzlichen Krankenkassen binden sich an medizinische Standards und Qualität. Und das ist an sich ja auch gut so. Und Sie können in Deutschland eigentlich sicher sein, wenn eine Krankenkasse irgendwas nicht bezahlt, dann ist es nicht gut. Die einzige Ausnahme ist der PSA-Wert. Da spreche ich gleich nochmal drüber. Aber beim MRT ist es tatsächlich so, dass die Krankenkassen es noch nicht bezahlen. Und man muss davon ausgehen, dass eine MRT-Untersuchung, und ich darf nochmal sagen, es muss eine spezielle sein. Es reicht nicht, einfach ein MRT vom Bauchraum zu machen, sondern es muss eine spezielle, denken Sie an das Wort, multiparametrische MRT der Prostata sein. Und es ist tatsächlich so, dass diese Untersuchung natürlich auch als Selbstzahlerleistung angeboten wird und irgendwas zwischen 500 und 800 Euro kostet, meines Wissens. Wir versuchen das hier in Altona ausgewählten Fällen, wir versuchen es eben nicht alles gegen Cash anzubieten, sondern tatsächlich auch im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben bestimmte Sprechstunden, beziehungsweise auch die stationäre Vorbereitung bei Risikofällen, wo wir in der Lage sind, im Rahmen unserer Abklärung von Prostatakrebs auch solche MRTs zu machen. Aber am Ende ist das etwas, was Sie mit Ihrem Urologen in den Praxen besprechen müssen. Denn das sind die zuständigen Ärzte, die Vertragsärzte in den Praxen, mit denen wir aber super vernetzt sind, die unsere Nummer haben, unser Telefon, unsere SMS. Und das ist der Weg, den man gehen muss. Ich sehe aber ganz kurz noch mal dazu, dass in den nächsten Jahren wird dieser Trend kommen und die MRTs werden sicherlich auch durchgängig bezahlt werden. Das ist meine Vorhersage. Wie viele Operationen werden in Altona gemacht? Das haben wir schon besprochen. Wir haben, man muss immer unterscheiden, das möchte ich Ihnen auch nochmal mitgeben. Die Frage ist wichtig, wie viel machen Sie in Altona? Noch wichtiger ist, wie viel macht der Mensch, der Sie operiert? Wie viel macht der und wie viel hat der schon in seinem Leben gemacht? Das ist eine ganz wichtige Frage für jeden Operateur, für jede Erkrankung an jedem Krankenhaus in Deutschland. Denn es gibt, wenn ich Ihnen sage, ja, wir machen jetzt 200 OPs, aber ich mache nur eine immer im Jahr, dann ist eben die Frage, ob ich der richtige Operateur für Sie bin. Bei uns ist es so, um es nochmal konkret zu sagen, wir haben sehr, sehr viele minimalinvasive Operationen mit dem Da Vinci. Postvater ist ein Teil davon mit ungefähr 50 bis 100 Operationen im Jahr, die aber alle von meiner Wenigkeit und meinem Vertreter, dem Dr. Magerweil, gemacht werden. Und wir sind eben, sagen wir mal, von unserer eigenen Entwicklung aus Kliniken, haben es gelernt über viele Jahre an Kliniken, wo eben auch in einem sogenannten High-Volume-Zentrum sowas gemacht wurde, sodass wir tatsächlich viele, viele Operationen, zum Teil vierstellige Zahlen hier überblicken. So, ich glaube, so langsam kommen wir hier zum Ende. Altersbeschränkung ist ein Thema. Das haben wir, glaube ich, auch gesehen, dass unsere YouTube-Videos aus welchen Gründen auch immer einer Altersbeschränkung unterliegen. Ist ganz interessant. Also ich persönlich, aber es hat, glaube ich, trotzdem geklappt mit der Übertragung. Ja, dann fragt noch jemand, ganz gute Frage, sagen Sie bitte die Ursachen des Karzinoms. Dazu kann ich Ihnen sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum Prostatakrebs entsteht. Es gibt bestimmte Risikofaktoren und dazu gehört nicht all das, was Sie gefragt haben. Dazu gehört nicht Rauchen, nicht Sport, nicht Sex, gar nichts. Es gehört eine Familienanamnese. Das heißt, wenn Ihr Vater, Ihr Onkel, Ihr Bruder von Prostatakrebs betroffen ist, dann ist das Risiko selbst Prostatakrebs auch leicht erhöht. Trotzdem wissen wir nicht, was genau führt dazu. Also es gibt auch keinen Risikofaktor. Es wurden verschiedene Ernährungsstoffe untersucht. Ich kann Ihnen sagen, es gibt nichts, wo man sagen kann, verzichten Sie auf dies oder das, dann haben Sie weniger Prostatakrebsrisiko. So, dann wird noch mal gefragt, wenn der Schließmuskel verletzt wird, was kann dann gemacht werden? Also, man muss ganz klar sagen, jeder Operateur, der diese Operation macht, hat Patienten, die leider nicht vollständig kontinent sind. Und dort gibt es verschiedene Abstufungen von leicht inkontinent bis stark inkontinent. Und wenn Sie in einem anderen Videobeitrag meiner Abteilung gucken, sehen Sie meinen Oberarzt, den Dr. Margerwall, der ein wirklich ausgefuchster Profi ist, sehr versiert ist im Bereich der Inkontinenz-Therapie mit seinem Team. Wir haben hier auch zwei Ärztinnen dabei und kümmern uns sehr um dieses Segment. Das heißt, auch wenn Sie von diesem Problem Inkontinenz betroffen sind, fühlen wir uns verantwortlich, Ihnen zu helfen, können das tun mit entweder konservativen Therapien, bestimmten Beckenbodentechniken, bis hin zu tatsächlich dem künstlichen Schließmuskel. Das wird jetzt so weit führen, wenn ich das hier nochmal erzähle, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Aber es ist ein System, wo Sie tatsächlich, wo uns die Männer immer rückmelden, seitdem Sie den künstlichen Schließmuskel, und davon operieren wir hier in Altona ungefähr 30 bis 50 Systeme jedes Jahr mit steigender Tendenz, weil es eine sehr erfolgreiche Operation ist, die dazu führt, dass die Männer sagen, es hat ein neues Leben für mich angefangen, denn wer mal ein paar Monate inkontinent war oder gar länger und wirklich Winden gebraucht hat, der fühlt sich wirklich richtig erlöst, wenn wir solche Systeme verbauen. Allerdings, und das ist die Frage, das geht nicht mit dem Da Vinci. Sowas wird mit kleinsten Schnitten am Damm gemacht und das schauen Sie sich gerne mal in unserer Mediathek an, wo es um dieses Thema geht. Und damit, meine Damen und Herren, kommt die letzte Frage, die ist ganz besonders wichtig, wenn der PSA-Wert so wichtig ist, warum wird er dann nicht von der Kasse bezahlt? Hier möchte ich Ihnen noch die letzten zwei, drei Minuten noch mal widmen. Es ist eine besonders wichtige Frage und ich sage Ihnen, die Urologen sind hiermit auch extrem unzufrieden und haben gerade kürzlich, nämlich vor ungefähr vier, acht Wochen, noch mal erleben müssen, dass es in einem weiteren Verfahren des gemeinsamen Bundesausschusses, also in dem Organ, wo das alles entschieden wird, ob eine Krankenkasse sowas übernimmt oder nicht, leider abgelehnt wurde. Und ich sage Ihnen, meine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Urologie, hat vor wenigen Tagen einen Brief geschrieben an Herrn Spahn mit der dringenden Aufforderung. Und dort sind wir Hand in Hand auch unterwegs mit Selbsthilfegruppen. Wenn Sie sich anschauen, und da möchte ich Werbung für machen, auch der BPS, der Bundesverband Prostatal-Selbsthilfegruppen, der hier sich sehr eingesetzt hat für die PSA-Bestimmung, wir alle sind sehr enttäuscht, weil ich glaube, ich habe Ihnen heute klar machen können, und das ist die Position der Urologen. Und ich muss hier noch mal sagen, die Krankenkassen unterliegen nach wie vor auch einem Missverständnis. Denn es geht nicht wie beim Brustkrebs um das Screening. Wir wollen nicht allen Männern, von denen wir gar nicht wissen, wie lange sie noch leben, wie krank sie sind, wie alt sie sind, ob sie vielleicht sowieso eine Prostata-Vergrößerung haben mit Entzündung. Deswegen auch der erhöhte Wert dann vollkommen klar ist. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen den Mann, der eine Prostata-Früherkennung macht. Und das sollten möglichst Männer, so wird es in den Leitlinien empfohlen, ab 50 machen, am Anfang einmal zum Urologen gehen. Und sie müssen auch noch nicht mal jedes Jahr wiederkommen, sondern wenn der PSA-Wert besonders niedrig ist. Und das ist ja das, warum wir den PSA-Wert auch so gezielt und besonders einsetzen und ihn individuell beurteilen möchten. An Ihrem Beispiel, Ihnen, dem Patienten, von dem wir die Prostata-Größe, die Abtastergebnisse und all diese Dinge wissen, um besser einschätzen zu können, wie dringlich ist das, wann müssen Sie wiederkommen, müssen wir aufpassen oder kann man auch sagen, kommen Sie mal in drei Jahren wieder. Die individualisierte PSA-basierte Früherkennung ist der Weg. Und da ist der PSA-Wert ganz besonders wichtig. Und wenn Krankenkassen das bezahlen sollen, dann denken die immer natürlich an das Screening. Und das hat was mit Geld zu tun. Und das sind auch die Gründe, warum das zuletzt abgelehnt wurde. Wenn Sie meine persönliche Meinung wissen wollen, dann ist es auch so, dass wir hier in der Männerwelt tatsächlich auch nicht eine gute Lobby haben. Denn wie Sie sehen, ist es bei Brustkrebs überhaupt kein Thema gewesen. Und ich glaube, hier müssen wir alle miteinander an einer besseren Wahrnehmung auch der Interessen für Männergesundheit arbeiten. Und mit diesem Schlusswort, meine Damen und Herren, möchte ich mich verabschieden. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Wir haben jetzt 19.24 Uhr. Ich freue mich, dass Sie da waren. Wünsche Ihnen alles Gute. Und bei Fragen und Anliegen zum Thema Prostatakastum, wenden Sie sich gerne an Ihren niedergelassenen Urologen oder an uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.